... Parkplatz vom Starlight Express. Folgen Sie einfach den anderen Dresdner-Fans, denn auch Sehren Busse und Pkw stehen auf diesem Parkplatz. Eine Durchsage der Polizei, unterlassen Sie das Schweißen vom Feuerwerkskörper. Ich wiederhörte meine Durchsage, unterlassen Sie das Schweißen vom Feuerwerkskörper. Ich wiederhörte meine Durchsage, unterlassen Sie das Schweißen vom Feuerwerkskörper, unterlassen Sie das Schweißen vom Feuerwerkskörper.